Jens, wenn du gleich noch spielst oder irgendwann, dann musst du dir unbedingt in dem die Stoner fertig machen. Das ist LMG, ne? Ja, das ist so stark, wirklich. Viel zu stark. So einfach. Oh, das erste Mal Sniper vs. Stoner. Er hat gar keine Chance. Er hat überhaupt gar keine Chance. Ganz einfach. Ganz einfach. Viel geschenkt. Alles viel geschenkt hier. Noch ein Gegner. Noch ein Gegner. Ja. 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 Er kann einen Sieg holen. Wir müssen eben leise sein. Ja. 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 haben wir das geld jetzt nur ich hab den getötet deswegen haben wir überhaupt das geld wenn du dahin gestirbst du ja die waren jetzt nein nicht ganz zwei einer kommt hier noch bei mir da kämpf doch ich kann doch nicht alles alleine ich muss nachladen jetzt wo sind hier dahinten rechts oder links rechts rum bin unten im gang er kommt hier bei mir ja schießt auf mich brauche hilfe lassen kommen zu zweit schaffen wir ihn ganz easy er kommt der regen die regen sich gerade alle auf siehst du so geht das ganz einfach die haben die du hast zu lange an der drohne gebraucht hier ich habe jetzt eine andere idee wollt ihr da mitmachen wir lassen uns mal train station ja hier airport unten durch den tunnel gehen ganz nach hinten bis zum berg da müssen wir sowieso hin brauchen wir gleich nicht open field laufen der kriegt gerade schon auf die fresse ich glaube der ist tot der wird vom tower abgeschossen wenn ihr den looten wollt wenn ihr den looten wollt müsst ihr ganz doll aufpassen ich kenne euch doch wir können hier hinter der mauer langlaufen wir wollen doch wir wollen doch heute gewinnen hier unten laufen sie ganzes team hier hier drin ok das war ein bisschen früh hinter einem haus über mir sind auch welche direkt hier über mir da unten sind noch zwei leute ne ja die haben wir gerade eingekauft nee die habe ich ja auch die habe ich ja auch die hier unten fahren ist der neben mir hier ist er martina martina wo bist du hier ist das hier ist es das ist die 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 sind ich hab's nicht vom boh hab einen ich höre ihn schon kommt noch einer hier ist noch einer drin hab ihn ich hab ihn martina wir müssen jetzt schnell nach oben jens kannst du ruhig sein jetzt bitte ich höre doch nichts lass die hütte einnehmen halt doch mal dein maul hier haben wir erstmal zone ist hier unten einer drin die anderen stecken hier irgendwo im wald siehst du einen rechts von euch ist noch ein haus da sind aber drei teams also zwei da kommt ein ruhe ein einzelner ja hast du platten hier der liegt hier irgendwo vor uns da 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 ist da da hat da Er ist hier über uns, hier, Schippeck Kommen wir da irgendwie hoch? Das ist rechts von mir! Unten? Hab ihn! Jawoll! Schön, Mathena! Ja Mit 12 2 und 4 Kinds